Hallo Leute und willkommen bei uns beim Würflorden und beim sechsten Video unserer Themenwoche. Wir bauen heute einen Signalturm für Arzog und ich zeige euch einfach wie ich meinen gemacht habe. Vergesst nicht, schaut es noch dringend bei allen unseren Partnern vorbei, die haben ganz tolle Angebote während dieser Themenwoche. Ob das jetzt das Zombie-Zeit ist, die neben dem normalen Gutscheincode, den es immer gibt, auch noch ein extra Set mit Trollen und einem Basing-Set zusammengestellt haben. Ob das das Kobold-Nest mit extra Geländersets ist, ob das Sidequest-Store ist mit 5% zusätzlich auf euren Einkauf, ob das Mines & Dragons ist mit 20% auf euren Einkauf und die Möglichkeit genau das, die Teile zu kaufen, die ihr heute brauchen werdet, nämlich die Banner für den Signalturm. Das ist unten verlinkt, dafür hat er extra ein Set zusammengestellt oder ein paar Spiele, die ein mega Angebot gemacht haben, wo ihr jedes Mal, wenn ihr mit dem Gutscheincode bestellt, ein Arzog-Modell dazubekommt, ein alternatives, oder wenn ihr für mindestens 100 Euro bestellt, einen Stompy. Jetzt möchte ich euch mal lange aufhalten, viel Spaß beim Bau. So, was braucht es natürlich für ein vollständiges Gunderbad, beziehungsweise Arzogs-Legion? Richte ich den Signalturm. Das ist ein Projekt, das definitiv für mich gemacht gehört und entsprechend möchte ich das auch tun. Ich habe hier diese wunderschönen Teile gedruckt bekommen. Die sind vom lieben Tobi, liebe Grüße dafür und danke, dass du mir die damals gedruckt hast. Die liegen jetzt schon ewig bei mir rum und warten jetzt darauf, endlich mal gestaltet zu werden. Ich habe diese Teile für die verschiedenen Banner, das sind vier Stück. Das heißt, so wie es sich auch gehört, wird das entsprechend jetzt dann gebaut werden. Zusätzlich habe ich diese wunderschönen MDF-Bases vom lieben Sven bekommen. Liebe Grüße an dich Sven, endlich kommt es zum Einsatz. Ich baue den Signalturm. Das sind zwei Stück und zwar werde ich die so übereinander machen, dass ich jetzt aus einem entsprechend die Bases raus säge mit einem Lochbohrer und da dann entsprechend das Ganze gestalten. Aber auch so, dass ich die rausnehmen kann, sollten sie zerstört sein, dann kann ich sie samt dieser Base raus und gebe was anderes herein. Das heißt, der erste Schritt ist jetzt mal hier vier Lochbases zu machen für eben die einzelnen Banner. So, jetzt ist hier das Ganze mal ausgebohrt. Das heißt, ich habe hier vier gleich große Löcher und in Kombination noch vier Holzplättchen, die in diese Löcher reinpassen. Die habe ich ein bisschen abgefällt. Man sieht teilweise noch nicht ganz perfekt, aber man kann vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten. Aber daran wird nicht scheitern. Jetzt klebe ich mal die beiden Platten zusammen. Das bedeutet, dass ich hier eigentlich eine Bodenplatte zu den einzelnen Grundplatten habe. Und dann lege ich da jeweils eins in die Mitte, nehme den Bohrer ohne das Rundteil, weil ich füge euch nachher noch ein Bild an, wie es ausschaut, und bohre das dann noch durch, weil genau da werde ich dann einen Magneten einsetzen, dass ich die Teile hier jederzeit rausnehmen kann. Das heißt, so schaut das Ganze dann aus und dann startet eigentlich erst die richtige Gestaltung. So, ich habe jetzt überall hier mit dem gleichen Bohrer wie da die entsprechenden Löcher nachgebohrt und habe auf die Rückseite über jedes der Löcher ein Stück Papier geklebt. Und zwar, damit ich jetzt überall einen Magneten reinlegen kann. Da habe ich hier welche in der passenden Größe. Das ist, was habe ich denn da? Ich glaube, ein Millimeter mal Spray oder so. Und die kann ich jetzt nachher überall einsetzen. Und das hat den großen Vorteil, dass sie dadurch nicht unten durchfallen können und gleichzeitig, wenn ich jetzt oben die Scheibe drauflege, nicht durch zum anderen Magneten gehen. Und das sollte eigentlich gut halten. Entsprechend werde ich jetzt überall ein bisschen Sekundenkleber reinmachen und so einfach mal überall einen Magneten reinsetzen. Wichtig ist, dass man aufpasst, dass es immer die gleiche Richtung ist. Das heißt, ich gebe jetzt einfach in jede Öffnung einen Tropfen Sekundenkleber sowohl bei den Scheiben als auch bei der Grundscheibe an den Nissen jetzt einfach mal und dann kommt überall ein Magnet hinein. Wichtig ist, dass sie eben nachher immer gleich drin sind. Das heißt, am besten merkt ihr euch, wie ihr es runternehmt und wie ihr es rein tut. Dadurch kann später auch jeder, jedes Banner und jedes Pfeil den selben Platz einnehmen. Ich gebe teilweise zwei übereinander hin, damit es das auch wirklich ausfüllt, weil sonst wäre es zu breit. Aber wichtig ist, dass es ebenerdig abschließt, dass das nachher nicht drüber schaut. Das sehe ich jetzt bei den anderen. Und das lassen wir jetzt einfach mal so, wie es ist, trocknen. Gerne noch überall ein bisschen Sekundenkleber nachgeben, dass das auch wirklich, wirklich gut hält. Das ist übrigens der Lochbohrer, den ich gemerkt habe, mit dem ich hier das Ganze ausgefräst habe. Hier sieht man schon, die einzelnen Teile halten und lassen sich jetzt schon gut rausnehmen. Wobei das natürlich noch besser wird, wenn das Ganze einmal etwas draufstehen hat. Jetzt kommen wir dazu. Meine Wunderbar spaces bestehen ja aus Eis. Dementsprechend habe ich mir gedacht, werde ich auch hier ein paar Teile von diesem Eis verbauen, damit das einfach einheitlich ausschaut. Dafür habe ich diese Strukturrolle geholt. Die habe ich schon öfters verwendet. Bzw. die verwende ich auch für meine Bases an sich. Und einfach eine ganz normale Modelliermasse. Und werdet schauen, dass ich auf einzelnen Teilen, aber bewusst nicht auf den einzelnen Bases, weil das wird schwieriger zu gestalten, dann mal ein bisschen Eis machen. Vielleicht auf einer Base. Vielleicht mache ich auf einer Base, wo das dann drauf ist, doch ein bisschen Eis drauf, damit man das einfach mal sehen kann. Ich habe auch schon z.B. hier einen Stein, den ich dann da hersetzen möchte. Das heißt, auch der ist schon mal ein bisschen dafür angedacht und so weiter. Jetzt einfach mal die Modelliermasse aufdrücken in dem Bereich, den ich es haben mag. So, jetzt habe ich mit diversesten Bits, also unter anderem ein paar Fackeln und ähnliches Zeug vom Koboldnest, was einfach noch von dem Set, was ich vom Set da habe. Dann habe ich hier noch einiges an Steinen, an Strukturschneiden, mit denen ich einfach ein paar Mauern bauen möchte, die einfach gut passen und optisch was hermachen. Und eben diese kostenen Steine, wo ich jetzt ein paar platzieren werde, um hier einfach ein bisschen Struktur auf die Base zu kriegen. Das heißt, da werde ich entsprechend schauen, dass das Ganze dann gut ausschaut, dass aber immer noch genug Platz für die entsprechenden Teile der Banner und Co. ist. Das heißt, da werde ich jetzt ein paar Mal sehen, dass das Ganze dann gut ausschaut. Das heißt, da werde ich jetzt ein paar Mal sehen, dass das Ganze dann gut ausschaut. Das heißt, da werde ich jetzt ein paar Mal sehen, dass das Ganze dann gut ausschaut. Das heißt, da werde ich jetzt ein paar Mal sehen, dass das Ganze gut ausschaut. Das heißt, da werde ich jetzt ein paar Mal sehen. So, und so schaut das Ganze jetzt schon mal grundiert aus. Das macht natürlich gleich mal viel, viel mehr her, wenn das Ganze ein bisschen Farbe hat und nicht mehr so zusammengepfuscht ausschaut. Das male ich jetzt dann an, damit das Ganze auch eben super ins Ding reinpasst. Und dann seht ihr, wie das Ganze weiter ausschaut. Ja, das heißt, hier geht es jetzt dann an die Bemalung. Ich habe auch schon passend dazu sieben Lieutenants gebaut. Die werde ich euch dann auch noch präsentieren. Und jetzt würde ich sagen, male ich das Ganze einfach mal an und zeige euch das fertige Ergebnis. Im letzten Schritt habe ich jetzt weiße Farbe mit Leim und ein bisschen Wasser gemischt, damit ich noch Schnee auftragen kann. Da habe ich diesen, eh nicht immer nehmen, diesen Basingschnee. Und jetzt wird einfach überall großzügig noch Schnee aufgetragen. Das heißt, überall, wo ich es danach haben möchte. Das heißt, auch auf dem Eis. Auf diversen Steinen dazwischen. Einfach, dass hier auch noch der Farbakzent des Weiß ein bisschen mehr rauskommt. Jetzt ist es doch sehr graulastig und dass man hier dann noch ein bisschen mit dem Ganzen spielen kann. So, hier ist jetzt mal der Schnee drauf. Das kommt, fehlt natürlich jetzt auch noch bei den einzelnen Bases der Aufbauten. Natürlich fehlen bei den Aufbauten auch noch die Banner, die habe ich natürlich noch vergessen zu erwähnen. Aber die kommen dann nachher drauf. Die bemale ich separat, weil gerade bei der Filmbewegung und Vorbereitung habe ich mir gedacht, ist es besser, wenn ich hier das Ganze Stück für Stück mache und nicht alles auf einmal schon zusammengeklebt, weil sonst bricht man hundertprozentig was ab, bei meinem Glück, wie ich es kenne. So, jetzt ist das mal beschneit. Jetzt mache ich noch die Banner fertig und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. So, das ist mein fertiger Signalturm inklusive sieben umgebauter Lieutenants. Die habe ich aus Moranen-Orcs, beziehungsweise ich glaube zwei Uruks auch gemacht. Habe unter anderem die Teile von Unrealist Managers mit diesen Köpfen hinten verwendet, aber zum Beispiel auch einen Warlord-Helm, diverseste Bits und Waffen, was ich einfach so noch gefunden habe und für den Umbau sich geeignet hat. Aber mit dem Signalturm bin ich mega zufrieden. Ihr hattet ihn mir kurz schon bei der Alternativmodell-Variante gesehen. Macht was her, ist super einfach mit den abnehmbaren Teilen. Dadurch kann man das wirklich super darstellen. Ist magnetisiert, hält dadurch auch relativ gut und ist meiner Meinung nach ein richtig schönes Ergebnis, auf das ich zumindest schon mal sehr, sehr stolz bin. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Das war ja, ist meiner Meinung nach einfach ein Kernmodell für die Armee, das hier sehr bezeichnend ist und viel, viel, viel hermacht. Und die kleinen Details, die man auf einer solchen großen Base machen kann, sie ist natürlich richtig cool. Ja, das war es einmal und danke. Das war es mit dem sechsten Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vergesst nicht, unten zu kommentieren. Heute kommt noch zusätzlich ein Geländevideo von Wieland Schmiede und zwar baut er eine Schmiede aus Gunderbad. Finde ich eine wahnsinnig coole Geländeidee, eine Org-Schmiede. Vergesst auch nicht zu kommentieren, um am Gewinnspiel teilzunehmen und schaut morgen wieder rein, wenn es zum letzten Spielbericht geht. Vielen Dank und Tschüss. Vielen Dank.